So Freunde, wie versprochen zeige ich euch jetzt mal die neue Gitarre. Ich hoffe, man kriegt den Klang über die Camo rüber. Der ist so wahnsinnig. Ich synke ein Lied, ich spiele ein bisschen was vor mich hin. Einmal ein bisschen ohne Verstärker und dann mal mit. Das ist so wahnsinnig. 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 Dababrine jokes. A bibel Åmer macht den Ofen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.